hauli da draußen an den empfangsgeräten und herzlich willkommen zurück bei let's play red dead redemption 2 mit arthur morgan in rhodes ja und wir wollen monschein holen vielleicht wollen wir vorher mal eine zeitung 46 und 47 immer mit und unser pferdchen ist da vorne und dann wollten wir genau raus verschwinde meine straße we pay respect to the dead oh father what do we say about a man who lost his way so awfully he carried that awful war with him rustling horses with a misguided gang of killers a brave man undone by pride doomed to a life of sin ich frage mich gerade ob wir verantwortlich sind für den der drin ist so jetzt nicht anquatschen in dieser sekunde ist das dieser limon räuber wir werden sicher weil ich dachte der zählt noch ein bisschen was okay dann fand ich okay gut navi anschmeißen müssen wir doch navi anschmeißen ganz wichtig da sind wir in roth und da ist der dach nach was es mit dem aufruhr auf sich hat der weg des künstlers teil zwei machen wir aber wir wollten ursprünglich auch nicht darin wir wollten wir wollten mutschein hallo wir wollten mutter ich reite noch mal zurück zum bahnhof kommen wir sind ja noch in der hier was soll's hey da gehst du einmal aus dem spiel raus und schon ist alles vorbei ja ja von wegen geh du mal zur seite so zur station und noch mal abgesprungen und noch mal reingegangen und noch mal überhaupt dachte ich so pass mal auf mein freund wir haben schon dreimal gesprochen da braucht ihr auch geile da braucht ihr gar nicht so gucken da braucht ihr gar nicht so gucken so kommen wir an hier wieso gibt's denn diese mission jetzt nicht mehr was soll das kommt schon leute das gibt's doch nicht ich guck jetzt noch mal auf die karte so leute so wir machen den index noch mal an wir machen noch mal mission so da haben wir die sache mit der mary bett das ist auch leopold strauss und professor da oben wollten wir doch eine kutsche überfallen ursprünglich können wir das nur abends machen und müssen wir dann so vor ach ja okay dann jo ich zoome jetzt noch mal raus wir sind also jetzt hier in roads dann lass uns mal zum schulden eintreten ja das ist doch ärgerlich das ist doch ärgerlich da gehst du einmal aus dem spiel raus ich kann nicht 24 schulden spielen das geht nicht da hab doch nicht so viel zeit ja da du bist du bist Du best finish your business in town and get you. LeMond Raiders on business. You'll have to ask me nicer than that. Enough of this! LeMond Balls never fought in my town! Warte mal. Wir sollten eine Arznei nehmen. Wir sollten ganz dringend eine Arznei nehmen. Warte mal. Ach nee, komm schon! 120 Dollar! Ich glaub, ich werd... Jeck! Ja. Alter, die holen wir uns zurück. 120 Dollar. Nur weil der Typ uns vom Pferd gerissen hat und wir ihn nicht vorher schießen konnten. Ja. Wenig schneller unsere Kekse gegessen haben. Das ist ärgerlich. So. Oh, unser temporäres Pferd ist auch noch irgendwo. Ähm... Egal. Die Pande machen wir fertig. Werden wir die das nächste Mal sehen, machen wir die fertig. Aber hallo. Machen wir die fertig. Wir waren richtig sauer. Was ist das? 120 Dollar. Ja. Ja. Wir machen hier in und wo es echt Minusgeschäfte, ne? Wir helfen den Jungs, für die es 40 Dollar gegeben hätte und wir schnappen uns den für den 20 Dollar gibt. Und dann diese bösen Räuber da. Aber... Gut, wir haben schon ein paar von denen erschossen, aber das ist doch kein Grund. Das ist doch kein Grund, so sauer zu sein. Das ist nachtragend. Na, wie sagt links? Okay. Na, wie sagt rechts. Okay. Nee, wir helfen auch keinem mehr. Und das welche davon? Das war das. Sie waren nicht die Traders? Ich denke, wir hätten nicht die Pauwde da, es gab keine Krieg. Und dieser Mann hätte nicht die Maschinen. Ich liebe diesen Schein. Sie haben alles verletzt. Es ist besser die Augen auf. Wenn irgendjemand kommt in Sykesien, dann kommt die Lemoyne willkommen. Ja. Das Speichern ist wichtig Ist so So, mein lieber Freund 120 Dollar habt ihr mir geklaut 120 fucking Dollar habt ihr mir geklaut Und Leute, die mir 120 Dollar klauen Die mag ich nicht mehr So Einer noch Wo bist du, meine Freundin? Wo bist du? Nein! Oh, es hört auf Dieser Speicherstand ist, glaube ich, der beste, den ich je angelegt habe Ich kriege die einfach nicht Ich weiß nicht warum, aber ich kriege diese Hustensöhne einfach nicht So, was haben wir für Waffen? Wir haben die Waffe Die hat echt eine schöne Reichweite und auch ein bisschen Schaden Nachhaltzeit ist natürlich etwas gemein Die macht jetzt gar keinen Schaden Hat eine Reichweite, aber die Feuerrate ist ein bisschen höher Langwaffenschulter Springfield-Gewehr Feuerrate ist für den Eimer Pull-Action ist auch nicht so toll Doppelläufige Flinte Schöne Feuerrate Die nehmen wir Die nehmen wir Die nehmen wir So Schön langsam So, der geht weg Ich glaube, jetzt müssen wir doch ein bisschen Sneaky sein Das wird zumindest mal gucken, in welche Richtung die alle gehen So, die eine Wache Die guckt nach da Das sind die beiden, die sich da am Lagerfeuer unterhalten Der muss sich wieder umdrehen Sonst wird das alles nix Der kommt da hinten Der ist jetzt kurz davor uns zu entdecken Ne, der da Komm, geh wieder weg Geh wieder weg Du da Da hinten an der Wand Geh wieder weg So ist er brav Ich weiß auch nicht, ob wir den Ganz leise erledigen können Das wäre natürlich das Beste, was uns passieren könnte Wir versuchen es mal ganz anders So, der dreht sich jetzt Jetzt komm, lauf doch Achso, jetzt mal ganz ehrlich Lauf doch einfach Beweg deinen Hintern ein bisschen Achso, der ist tot Den gucke ich mir noch mal so ein bisschen an Ne, ach ja Auch mir geht es nicht gut Ich bin ein bisschen schwindelig Meine Güte Ist doch wahr So, also Wie geht es dir? Hast du einen schönen Tag? Wollst du ein bisschen Bubu machen? Stört dich der Bart? Hast du irgendwie sonstige Probleme? Mein Gott, die haben dir 120 Dollar geklaut Und du denkst, ach nee, ist egal Meine Güte Natürlich könntest du sagen Liegt am Spieler Nicht an der Figur Aber Das will ich gerade nicht hören So, wir haben jetzt alle Varianten Einmal durch Einmal von Von ganz Ganz weit Und von ganz nah Und überhaupt Und Nahkampf Und Ach ja Falte Waffe Kommt da schon mal ne? Ach, das war jetzt Niki, ne? Das hat von denen jetzt keiner mitbekommen Okay Na denn Das ist ja schön Pass mal auf, dann gehen wir jetzt ganz weit weg Das ist praktisch, dass hier noch ein Schützengraben ist Und ein Bildschwein Komm zurück Komm zurück Komm zurück Oder stell dich da hin Auch gut Sag mal, das gibt's doch nicht So, das war's jetzt aber, oder? Noch einer ohne Fahrschein Und wenn das jetzt nicht die 120 Dollar sind, Freunde Abgegriffen ist? Ne, das kannst du behalten Eine Platin-Taschen-Uhr Na ja, vielleicht ist das ein bisschen was wert 1 Dollar 87 1 Dollar 87 Verlassene Kirche Ja, verlassene Kirche Das haben wir schon rausgefunden Dass die ganz verlassen ist Ja, gucken wir uns die verlassene Kirche doch mal ein bisschen genauer an Abgegriffen ist Abgegriffen ist Schatulle 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 Hallo Schatulle Untersuchen Sind da meine 120 Dollar drin Na ja, ein großer Schmuckbeutel, okay Haben sie Schmuck für gekauft Mehr kann man nicht machen, okay Noch eine Schatulle 13 Dollar Na ja Noch eine Schatulle Na ja 60 Dollar Es wird So Das Lagerfeuer Noch eine Schatulle Ne, das ist mir lieber Am Feuer ausruhen Ja, das genau Das wollen wir Gucken wir mal ein kleines bisschen an hier Das ist nichts, was wir plündern können, okay Haben wir hier noch was? Mhhh, geht so Ach, ein Vogel ist Oh, Münzbeutel Oh doch, Münzbeutel Und Es wird Zeit zu rauchen, Freunde Es wird Zeit, dass wir nochmal ein bisschen rauchen Wo sind wir denn Wo sind wir denn Die Premium Zigaretten Da sind die Premium Zigaretten Auf euch, Freunde Auf euch Und wir haben eine Lok Und wir haben eine Lok Auch schön Fauna von Amerika Mehr haben wir nicht Oh, nicht runterfallen Arthel Nicht runterfallen Was gibt's hier noch? Da gibt's nix Keine weiteren großen Schätze hier drin Hier noch irgendwas Baumstumpf versteckt Nö Ja, war schön Ich dachte, das schaffen wir nie Ich dachte, das wird nix mehr Hallo Plätze Schön, dass du noch dabei bist Ach, ich will's gar nicht wissen Schlange Hase Irgendwann wird das So So Leopold Strauss Wollten wir Ja Eigentlich wollten wir den Mundschein holen Nö Hier Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch hinkommen Weg da 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 Das scheint nur, um nachzugehen. So, nehmen wir doch mal die Abkürzung. Nehmen wir doch mal die Abkürzung. Was stimmt nicht mit diesem Spiel? Sammeln und untersuchen, was? Na, das hat sich ja gelohnt. Okay. Leopold. Was hast du denn für uns? Das ist ja mal. Mr. Morgan. Mr. Strauss. Still working, Mr. Strauss. What you been up to? Trying to wrap up our accounts before we leave, Mr. Morgan. So you'll be joining us in Tahiti. I rather fancied Australia. A similar kind of people to us. Lots of opportunity. Dutch tells me we're going to be ranchers. Perhaps, but so far we have not raised many cattle. No. So, Mr. Morgan, will you help me finalize our business here? This is filthy work. We'll need money in Australia. For cattle and feed, I mean. Why flinch now? You never have done before. I don't know. Well, here they are. Some fishermen by the name of Davison. Algie Davison. Living in a place called Catfish Jackson near Scarlet Meadows. A fisherman. And that's it. We're a union built on that, you know. Okay. Okay. Wir sollen also einen armen Fischer... Naja. ...un sein Geld... ...bringen. So. Aber weißt du was? Ich gehe mal eine Runde schlafen. Das war ein anstrengender Tag. Und vielleicht machen wir das doch einfach dann morgen. Wir haben uns unser neues Lager auch noch so gar nicht angeguckt, ne? Das ist mir auch vorhin erst bewusst geworden, dass wir eigentlich nach Hause reiten, ne? Weißt du, wir nehmen dieses Haus hier in Besitz. Wir räumen hier die Leichen weg und überhaupt, ne? Und die ganze Bunny, die denkt sich, oh, 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 ne? Ziehen wir mal ein. Wie gesagt, ich blick mich jetzt in. Aber wir haben ein Zimmer drin, das ist doch auch schon mal schön. Das sehe ich jetzt richtig, ne? Und wir dürfen im Haus schlafen. Tag. Der Charme des Hauses ist natürlich jetzt ein kleines bisschen so, wie wir das im Fallout 4 haben, ne? So ehrlich, das müssen wir dann vielleicht auch mal sein. So, die Lagerkasse ist natürlich jetzt auch hier drin. Oh ja, das ist schick, ne? Das ist ja klar, dass das hier... Ja. Leisten wir mal unseren Beitrag. Gegenstand spenden. Das können wir. Ein Goldbarren für 300 Dollar. Ne, den behalte ich. Federhalter behalte ich auch. Den kannst du haben. Ne, da müssen wir eh zum Hehler, das bringt ja auch nix. So, nochmal. Ein paar Silberringe für jeweils 3 Dollar nehmen wir gerne mit. So, den für 50, den wollen wir wiederum behalten. Ehring für 5 Dollar, ich meine, hallo. Da kann man doch mal ein bisschen mehr Geld ausgeben für, ne? So. Ne, kommen wir mal noch ein bisschen mehr. Das Schlimme ist, es ist wieder so eine Folge, mit der man sich so viel vornimmt und eigentlich nichts geschafft hat. So, Platinohrring 3 Dollar. Die Preise sind sehr moderat, das muss man schon mal sagen. Großer Schmuckbeutel, 50 Dollar, der Klimpert so in der Tasche, den können wir abgeben. Und nochmal. Warum bricht das eigentlich immer ab? Also, das bin ich ich, ne? Dass wir mal drüber gesprochen haben. Eine goldene Tasche nur für 10 Dollar, okay. So, und die Silberne Gürtelstelle für einen Dollar. Ein bisschen Kohle können wir ja von mir aus auch mal weggeben. Und zwar... Guck mal, 2000 Dollar reichen uns doch, wenn wir die haben, oder? Ne, das passt doch. Dann haben wir immer noch 2000 Dollar da drin. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die anderen so geleistet haben. So, hier ein Dollar, da ein Dollar, da eine Gürtelstelle, da ein Knopf, ne? Ne, warte mal, ich will gucken. So. Kontrollbuch, das wollten wir machen. Kontrollbuch nicht. Noch mehr geben. So, da bin ich mal gespannt hier. 3 Dollar, 3 Dollar, 3 Dollar. Ah, hier, das sind schon alles. 4,8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, jawoll. Das ist, äh, ja. Dann können wir ja auch mal gucken, was es jetzt hier so schön ist, gibt, ne? Jetzt haben wir 7 oder 32 Dollar hier drin. Anlegestelle für 450 Dollar könnten wir uns noch leisten. Oder auch nicht? Liederbearbeitung, nö. Pferde haben wir schon, Hühnerstall haben wir schon, der war auch richtig schick, ne? Okay, gönnen wir uns noch den Brotsanleger. Ein Traum. Weißt du, so ein Ehering, der kostet hier so 1 Dollar, weißt du, und so, so ein Boot kostet 400, ist egal. Nicht drüber nachdenken. So, das heißt, wir haben... Jo, das können wir noch kaufen. Schick. Und dann haben wir noch 57 Dollar und für diese 57 Dollar können wir... ...ein bisschen Sachen auffüllen. Noch mehr von dem, was wir schon haben? Arthur, Geld, Arthur, Boot gekauft. Ja. Ich guck mir jetzt mein Zimmer an. Kommst du mit? Gnarrt ein bisschen, aber... Wesens haben wir Licht, ne? Oh, wir können Schnellreise von hier benutzen? Oh, wusste ich gar nicht. Und wir können uns rasieren und wir können uns nicht hinlegen. Oder was? Garderobe? Schlafen. Morgen, Mittag, Abend... Weißt du was, wir gönnen uns jetzt mal ne Mütze schlafen. Bis Mittags. Und dann würde ich sagen, schlaf gut. Bis zur nächsten Folge. Red Dead Redemption 2. Schön, dass du dabei warst. Howdy. wenigstens. מש Essen. WOLCcję. Musik. Musik. Vielen Dank.